Hey Leute, zurück zu Game of Thrones. Herzlich Willkommen und sag ganz wagemutig mal in den Kampf. Okay, jetzt schön auf die, genau, schön das, auf die Schützen erstmal, die wir hier nicht haben. So, jetzt kommt ihr dran, zack, und bumm, na komm Alice zum Einschlag und dann war's das, jawollow. Kriegstense, bisschen Kohle, ach ich würde ihn so plündern, den Waffenhalter, aber das geht ja meistens in solchen Spielen nicht. Ach, das wird eine Zwischensequenz werden, ja. Na geht so, Morse ist schlimmer. Ihr seid schuld, dass die Menschen in Flussrat sterben und die Sklaven in eurem Gefängnis schmoren. Dafür müsst ihr sterben. Oh, ihr müsst Alistair sein. Ich hoffe, ihr erwartet nicht, dass ich um Gnade flehe. Eure elende Familie hat mir schon viel zu lange im Weg gestanden. Euer Vater tat, was er konnte, um meine Pläne zu vereiteln. Ihr könnt euch nicht vorstellen, welch eine Freude es war, Rache zu nehmen, indem ich das liebliche Flussrad langsam ausbluten ließ. Ich hatte nicht die Gelegenheit, rein als Kehler aufzuschlitzen. Aber euch zu töten, wird das wieder gut machen. Na, schauen wir doch mal. Was haben wir denn hier? Okay, das passt schon. Hm, ich kriege erstmal Sand in die Augen, dann lassen wir ihn bluten. Und nochmal einen Schlag. Geh ich wieder raus hier? Jo, geht. Klopfen wir den erstmal weg? Jawohl, das war gut, das war sehr, sehr gut. Gucken wir den Ritter platt. Au. Komm, Alistar, steh auf. Jetzt haut doch mal zu, Mensch. Gibt's doch nicht jetzt hier. Die faxen dick. Burn, Baby. Da kommt einmal noch. Jawohl, und du mein Freund. Ja. Au. Au. Na, warte. Na, warte. Das bedarf auch Energie. Mist. Ach, reicht auch nicht. Dann nehmen wir halt mal wieder klassisch. Feuer unter dem Arsch. So, Penner. Wie konnte... ...der Vaters Bruderschaft nur solch ein Monster aufnehmen. Es war richtig, den grausamen Taten dieses Verrückten ein Ende zu bereiten. Für Flussrat und für Vater. Ging ja nochmal gut. Recht, Flussrat. Die haben wir geschafft. Okay, ding. Jo, da gucken wir doch mal. Ob wir da irgendwie inventartechnisch was Interessantes gekriegt haben. Ja, viel Zeug haben wir gekriegt. Können wir alles auf den Markt verschärbeln. Zwei Armenbrüste, zwei Äxte, ein Intermesser. Was ist schwächer als das, was wir haben? Brauche ich gar nicht nachgucken. Ein paar Pfeile. Streitkolben zweihändigen. Eine Kriegssense. Und einen Kriegsstreitkolben. Rüstungsteile gab es aber bloß hier einen Ritterumhang. Den wir nicht brauchen. Okay. Die schwere Rüstung der Sarbex, die habe ich noch gar nicht gesehen gehabt. Die bringt es bloß nicht. Also das sei denn schon besser. So. Da gibt es noch einen zu vermöbeln. Ja. Why not? Ein Fahrzeugpunkt. Die fallen ja wirklich wie die Fliegen. Ich weiß jetzt gerade nicht, was das sollte um alles darum. Habe ich einen Levelaufstieg? Ähm. Jo. Sieht doch ganz danach aus. Okay. Nehmen wir das. Also entweder hatte ich das beim letzten Mal übersehen gehabt, oder? Naja. Wurscht. Jetzt haben wir es auf jeden Fall dabei. Und wir gehen jetzt hier mal raus. Schnauze Fall hier von dem Moloch. Jetzt wieder nach Hause. Nach heim, wollte ich sagen. Wenn der blöde Ladesquiet nicht zu Ende ist. Dann denkst. So. Auftrag ausgeführt. Und wir rennen. Aber. Haha. Wir haben hier Rüstungshändler. Ich glaube, wir den ganzen Scheiß verscherbeln. Wir haben hier Rüstungshändler. Warum nicht? Ach. So. Den lassen wir mal noch. Hätte ich jetzt Feuer anlegen, sollte ich dödeln, aber naja. Müssen wir fürs nächste Mal merken. Gut. Aber jetzt, wo ist der Fall? Jetzt aber ab und nach Flussrad zurück. Na, die Nebenquests brauchen wir denn schon ihre Zeit hier. Finde ich aber nicht so schlimm. Und Spiel ohne Nebenquests wäre langweilig. Genau, gehen wir gleich nach Kassel, die Stein weiter und rotten die Lannisters aus. Ups, habe ich da laut gesagt? Das hat ja bestimmt einer der Spiel ohne gehört. Ich mache mir jetzt ein Zigarettchen während des Ladescreen. So. Ich kenne die nix. Und wir sind wieder im Flussrad angekommen und können jetzt eigentlich einem Menkwest folgen. dass sie in den Straßen herum stolzieren. Seit den Aufständen scheinen sie gar keinen Respekt mehr zu haben. Ach, das geht schon. Das ist wirklich nicht gewalt. Das läuft schon mit den Bürgern hier. Und ab geht's. Äh. 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 Ist doch scheiße, wenn du in deiner eigenen Stadt verläufst. Ist doch kurz. Moment. Ach. Ach. Ach so. Blick da. Ich muss zum Fährmann. Hey, Viktor. Ah, Lord Sarvik. Tag. Möchtet ihr, dass ich euch jetzt nach Burgholz bringe? Let's finish. Ich will so schnell wie möglich dort sein. Entschuldigung, Leute. Gucken wir uns doch erstmal ein Bietchen um. Zum Beispiel nochmal ein Rüstungshändler. Ich glaube zwar nicht, dass ich mir jetzt gleich eine neue kaufe Aber Vielleicht mal doch noch irgendwie Ist der besser als unser? Ja, ein ganz schönes Stück Könnte man sich überlegen Wie viel habe ich? Vier Goldstücke Why not? Kostet jetzt nicht so viel Und ich habe wieder vergessen, ich dödel Den Ring anzulegen vorher Für den Preisnachlass So Dann verscheuern wir erstmal unseren alten Top Und kaufen uns Den Neuen Jawohl Also 33 Silberstücke Preisnachlass, das ist schon was wert Jetzt gucken wir mal, wie das Ding ausschaut Wie unser Alter Aber das ist auch nicht schlimm Trankhändler brauche ich den Ich sollte mal ein bisschen Heilung auch mal vorsichtshalber einfach mithaben Gift brauche ich nicht Das können wir selber Zack, rein damit Jawohl Gut, haben wir für den Notfall noch Zwei Flaschen Öl, um unsere Waffe anzuzünden Falls die Energie mal wieder nicht reicht für die Selbstentzündlichkeit Hier scheint es nichts weiter zu geben Nun gut Tag Tag Habe ich coole Rüstung Das war mir schon okay Und das ist cooler Und Reihnacht Burgholz Ah ja, da erinnere ich mich noch dran Der Thron ist cool Der ist wirklich cool Im Gegensatz zum eisernen Thron braucht man bei dem nicht gleich aber eine Tetanussspritze Wenn man sich bloß draufsetzt Also wenn ich den eisernen Thron sehe mit den ganzen Schwertern Habe ich immer so das Gefühl Ne, da reizt dir den Hinterlauf Zeug Da könnten wir schon rein Viel mehr machen können wir aber wahrscheinlich nicht Ne, jetzt geht noch nix Ne den Rinder Mahlzeit Was machen wir als erstes? Nein, wir begrüßen nicht den Hausherrn Wir gucken, dass wir hier was plündern können Ja, um Flussrad wieder aufzubauen Um das zum alten Glanz zu verhelfen Braucht es Kohle Fertig aus So Dann aber mal zu Onkel Hamilton Tag Sehr gut, Alessander Ihr könnt nun gehen Sehr wohl, Milord Ah, Ser Alistair Ich freue mich, euch wiederzusehen Ich habe die Dokumente gefunden Wie ihr gesagt habt, sind sie verschlüsselt und zeigen den Drachen der Targaryen Mal sehen Ja, das sind die Dokumente Sehr gut, mein Freund Euer Vater hat nicht gelogen Ihr seid wirklich einfallsreich Ihr habt gesagt, dass diese Dokumente Beweise enthalten, die uns dabei helfen könnten, Valar zu stürzen Und das ist auch der Fall Allerdings muss ich die Dokumente von meinem Maester entschlüsseln lassen, um die Details zu erfahren Wie lange dauert das? Ein paar Tage, denke ich Das gibt uns noch Zeit, uns auf unsere Abreise vorzubereiten Uns fehlt nur noch ein letztes Puzzlestück Sprecht ihr von der Frau, die Valar für die Königin jagt? Ja Mein Spion sagt, dass sie wissen, wo sie sich gerade aufhält Aber ich hoffe, wir finden sie, bevor er es tut Ich habe Ser Ethan und seine besten Schwertkämpfer ausgesandt, um sie zu finden Das sollte die Pläne der Königin und ihre Schoßhündchens durchkreuzen Sagt mir, was ihr über sie wisst Wie kann sie uns helfen? Jinnah Grausten ist der größte Schwachpunkt unserer Gegner Und der Schlüssel zu unserem Plan Das Blut der Targaryen fließt durch ihre Adern Sie ist eine von Aerys direkten Nachfahren Die Tochter des früheren Königs Des irren Königs vor allen Dingen Ja, ich glaube, jetzt geht es wieder zum Mons Das werden wir dann aber im nächsten Teil abhandeln, Leute Ich mache an dieser Stelle hier Aufnahmestopp Und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei Ich bin der L, ich bin raus, macht's gut, ciao Leute